Mecklenburg-Vorpommerns-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gerät wegen Nord Stream 2 zunehmend unter Druck. Immer mehr Bundespolitiker fordern Aufklärung über die Hintergründe des Pipeline-Baus und die landeseigene Stiftung Klima- und Umweltschutz, die zum Unterlaufen von US-Sanktionen beim Bau gegründet worden war. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte der Welt am Sonntag, es sei längst an der Zeit, endlich gegenüber der Öffentlichkeit reinen Tisch zu machen und auch persönliche Konsequenzen zu ziehen. Schwesig steht seit Wochen wegen ihres langen russlandfreundlichen Agierens in der Kritik.